Hallo, mein Name ist Fabian Scholz von Comatec Reduction. Wir haben hier einen kleinen Hygiene-Bundle für euch mal vorbereitet. Wir stehen aus einem Monitor, Standfuß und fünf Hygiene-Clips. Ich glaube, dass die Hygiene-Clips sehr wichtig sind derzeit für den Lebensmitteleinzelhandel, für euch in der Firma, für die Druckerien. Einfach, dass man sich immer wieder ins Bewusstsein ruft, halten wir einfach ein paar Spielregeln ein. Wir Hände waschen, Abstand halten, kommen wir alle gut durch die Zeit. Wir haben die Hygiene-Clips für euch leicht verständlich produziert, so ein bisschen im Comic-Style, dass einfach jeder sofort versteht, um was es geht. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch, würden wir uns sehr freuen. Bande steht für euch zur Verfügung.